Die Bundestagsfraktionen von CDU, CSU und FDP haben heute eine Sondersitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums beantragt, die am Mittwoch, also schon übermorgen stattfinden soll. Wir erwarten vom Vorsitzenden dieses Gremiums, Thomas Oppermann, dass er jetzt unverzüglich dieses Gremium einlädt und sich unserem Antrag nicht verweigert. Es kann nicht sein, dass er zwar viel Zeit für Interviews, aber offensichtlich bisher keine Zeit gefunden hat, auch einzuladen zu dem Gremium, in dem die Bundesregierung selbstverständlich bereit ist, alle aufgeworfenen Fragen zu beantworten. Es drängt sich geradezu der Eindruck einer gewissen Verschleppung auf. Offenkundig ist Öffentlichkeitsgetöse für den Wahlkampf wichtiger als Aufklärung dort, wo sie hingehört. Das mag auch daran liegen, dass zu einer solchen Aufklärung natürlich gehört, darüber nachzudenken, in welcher Weise Steinmeier als damaliger Kanzleramtschef und der damalige BND-Präsident Urlau für die Intensivierung der geheimdienstlichen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Amerika und die dabei getroffenen Verabredungen Verantwortung tragen.